so herzlich willkommen zu einer neuen aufnahmesession wieder mit dabei ist der fabian bei mir ist es neu bei fabi ist es alte aufnahmesession weil bei mir und so das irgendwie nicht wollte und ich dann runtergegangen bin statt im haupt also statt neu zu starten bin ich dann halt rausgegangen also ich hab echt ich steppe alles okay dann Danni, du Kämpfer. Seh dich. Slug. Bei dermaßen. Spielerfalle. Oh, das bringt nichts. Die haben eine Falle hier drin auch. So, hier. Hier siehst du. Nein, da auch nicht. Scheiße. Ich bin so schlecht. Oh, da wurde ich von hinten gedingst. Da habe ich den Fabian getötet. Ich habe eben zweimal den gleichen gekillt. Ich bin da noch. Ich bin da noch. Wo seid ihr? ich habe ihn auch umgebracht ich fall rückwärts runter und der hatte mich natürlich gehittet ja irgendjemanden triffst du immer beziehungsweise fast immer ich habe einen geilen schuss gemacht einfach um die ecke ich habe hinter dir Ich bin erster. Ich? Ja. Mein Zehner. Zehner Killstreak. Loll, ich bin ja schon tot. Loll, mein Wecker! Warte, warte! So! Ich hoffe, jetzt war der Wecker nicht zu hören. Obwohl er, glaube ich, zu hören war. Der war eigentlich von heute Morgen gestellt, aber ich schalte den wohl morgens nie aus, habe ich das Gefühl. Boah, lag. Ja, das kann sein mit Leck. Gut, es ist wirklich Leck. Alter, was ist denn hier los? Ich sehe keinen Spieler. Jetzt. Ich habe einen gekillt, der in mir gespawnt ist, als ich auf dich schießen wollte. Ich habe ihn doch getroffen! Und? Der war doch tot. Selbstmord. Hat doch da irgend... Wo ist das Leben? Ich wurde von hinten gedingst. Gedingst? Ja, gedingst. Boah, da ist eine Wand. Gucken wir jetzt auch mal. Oh. Nice, Fabio. Nice, hot. Nice. Oh. Ja. Lol, ich bin immerhin gespunnt. Gespunnt. Moin. Moin. Und ich will wieder die Spitze, dafür fehlen wir 50 Punkte. Lol, ich bin letzter. Echt? Ja. Null. Null. Boah. Zweiter. Immer noch letzter. Oh, ich bin der. Dritter. Null. Oh. Oh. Eine schöne Runde, muss man sagen. Ich hab die. Gigi. Fabi. Fabi, bei dir sind glaube ich die 16 Minuten erreicht. Oder machst du noch eine dritte Runde hinten dran? Ähm. Ich beende. Gute. Gute. Ähm. Dann mach ich jetzt noch eine mit Fabi. Aber auf meiner Seite vom Kanal. Ich sage Ciao an Fabis Abonnenten. Und äh, Fabi. Hm? Mach hin. Was? Ich will nächste Runde. Aha. Ciao Leute. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und jetzt nochmal auf schweizisch. Ne. Na komm. Okay. Welche wollen wir? 19? Ähm. Jo. Ich bin dran. 19? Scheiße, wo ist 19? 19 ist in der Mitte da. So, ne? Da da wo die 20 kurz davor ändert. Äh, kurz danach ändert. Zu zweit. Zu zweit? Ne, die ganzen... Äh, komm jetzt. Fünf. Gucke. Da war schon fünf Leute. Terminal ist Map. Und die... Lol. Wieso starteten die Runde schon in 60 Sekunden? Normal ist das ja länger. Ne? Ey so. Nimmst du mal dein Gesicht aus der Kamera. Junge! Nein, ihr solltet nebenbei wissen. Äh, Fabi und ich haben uns so ein bisschen was angewöhnt und zwar nebenbei zu Hangouten, während wir aufnehmen. Ey, da wissen wir dann immer schon was anderes und macht so nebenbei und ich konnte deswegen auch beurteilen so was Fabi gemacht hat und bla bla bla. Ihr wisst es. Ja. Ja. Solltet die auch mal machen. Ist ganz interessant. Und ich kann ja spoilern. Ich werde nochmal mit dem, äh, mit der Atomic Angel HD aufnehmen und zwar mit Alara. Uuuuh. 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 Ja, nochmal ne neue Aufnahme. Zwar wann, äh, sag ich noch nicht, aber es wird noch mal aufge... Lol, ich hatte... Oh ey, die Kohlensäure ist schlimm. Ne? Die Kohlensäure ist schlimm. Viel Spaß Fabi. Danke. Und viel Glück dir. Die Map ist saugeil. Darauf habe ich das letzte Mal irgendwie auch ne 15er Killstreak gemacht oder so. Nicht wie in der anderen Map so ne 10er nur. Nein. Das Name ist mein Buben. Boden. Buben. Lol. Alle ausgenappt. Mann! Der kommt mit dem Messer. Ich weiß nicht, wurde ich von dem vor mir gekillt oder wurde ich von einem, der hinter mir stand, gekillt? Yeah. Wann? Wann? Ich bin nicht erster. Ich bin nicht letzter. What? What, 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 what? What? Where!? Da hab' ich dich auch so wie noch and Dahlin hing carsetzt. aber somit habe ich eben die führung ja jetzt schon und nochmal minus 50 jetzt bin ich wieder mittelfeld was der hat mich dann hallo hallo ich glaube auch noch da rein ja jetzt bohr noch fast ich hab den gekillte ich habe eingekillte gerade gespawnt aber hinter dir ja 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 enthielt sich wenigstens langsam ja 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 machen zwei etwa team oder was Nein! Äh, hat Fabi gesagt erliftet? Oder... Fabi? Ja gut, dann war das jetzt, äh, Fabi. Er kommt leider auch nicht mehr rein, weil er das Passwort nicht weiß. Deswegen, sorry Fabi, tut mir leid. Ist nicht mit Absicht. Jetzt ist der Hangout auch beendet. Fabi, äh, Leiter war. Was ist denn noch her? Hey, hab ich ihn gerade eingekühlt? Ich nehme mal wieder Kämpferposition ein. Auf jeden Fall ist es gesichert. Das läuft schon wieder auch. So? Untertitelung. BR 2018 10 Wenn ich Zweiter bin Alter, wie viele Punkte hat der denn? 700 Ja, das reicht ja aus Ich würde sagen Wir sehen uns in einem anderen Video Bei mir auf dem Kanal wieder Oder halt auch bei dem Fabi Ich weiß ja nicht, ob ihr den auch schon abonniert habt Wenn nicht, solltet ihr vielleicht es tun Und Ja, ich würde sagen, bis in einem anderen Video und Dankeschön fürs Ansehen Tschüss.